Hallo und herzlich willkommen zur vierzehnten, dreizehnten Folge von Kirby Forgotten Land und Apfel. Hallo. In der letzten Folge haben wir die zweite Welt abgeschlossen. Ja. In Ewig Blauküste und jetzt gehen wir in die Wundaria Ruine. Let's go. Schließe den Abschnitt ab und vier Waddle Deeds. Okay. Willkommen in Wundaria. Der verlassene... Ähm... Heizep, so heißen die Dinger. Au, bin natürlich in den Gegner reingesputscht. Ja, erst mal den ganzen Rantier, Kumpf. Wait, das sind Babyenten. Die geben safe was. Die folgen einem, wenn du... Wenn du die auf dich aufmerksam machst. Oh nein. Er ist Mama, Ente. Ja, fünf Babyenten. Da sitzt noch eine... Und ich hab... ich hab... ich hab... ich hab mein Thumbnail gefunden. Und da ist noch eine. Geh zu Mama. Oh, Popcorn. Finde die verwirrten Händchen. Geh zu Mama. Oh, Popcorn. Wo ist die letzte? Äh, hinter dem Popcorn stand und beim Brunnen. Feuern müssen. Da ist Feuermann. 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 Feuermann, komm her. Feuermann, nach dem Gang gehst du nicht. Komm her, Feuer, Bruder. Stirn. Und Eis. Schön. Du hast einen schönen Tag. Will mich da draufstellen? Nein, ich bekomme der... Nein, die blitzen doch schon. Wie kommst du da drauf, dich draufstellen zu wollen? Es ist Kirby, Digga. Die blitzen trotzdem. Ja und? Was ist das hier? Kann ich den mit dir wegmachen? Ich glaube, das ist da unten was. Nee. Dann will ich jemals wieder Feuern mit einem Stecken-Chakron. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier diesen Schlamm irgendwie wegmachen kann. Ich glaube, dass alle einen bloß langsamer machen, damit man den Dinger nicht so gut ausweichen kann. Du denkst manchmal zu einfach. Einfacher Mann. Das ist aber zu schwer. Es standen nicht zur Optionen, Jungs. Jungen, was geht denn hier ab? So meine Freizeitpackung, die ich dann gesehen habe. Oh, Hammer. Oh, Woddy. Oh. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Nein, gib mir mein Feuer, Alter. Oh, das ist zeitlich. Das ist zeitlich. Ete mit mir, Alter, Mann. Egal. Scheiß auf das Feuer, Alter. Oh, da ist der Mordi, die. Die Mordi, die. Ich Mordi, die. Nein. Oh, nein. Ich habe den schon berührt. Ich habe ihn. Ich muss jetzt das Level neu starten. Ich habe meinen Hammer verloren. Ich bin halb tot dafür. So, nochmal. Junge. Ich habe den Hammer verloren. Oh, das kann sein, dass ich sterbe. Würdest du auch mal den Game Overspeak? Den werde ich niemals sehen. Ich habe es geschafft. Ja, weil du am Anfang Baby Booby-Modus gespielt hast. Hätte ich auch ohne geschafft. Ja, 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 ja. Das ist ja ein Mini-Donkey Kong. Cool. Ja. Hä? Wait. Wo müssen wir hin? Die sind zwei Türen. Ich habe Angst. Warte, wo? Oh Gott, die kommen ja auch noch mal rum. Ich gehe in die obere. Wenn ich den Knopf drücken musste. Es war die falsche. Gut, dann gehe ich in die untere. Ach, komm, Alter. Was ist das denn? Du hast da doch so keine Anzeichen, welche die richtige ist, ne? Was war denn oben? Ja, das ist das Level einfach weitergegangen. Äh, wo bist du da? Weiß ich nicht. Ich bin rausgegangen. Ich bin jetzt bei so Drehtingern. Oben oder unten? Ich war safe woanders. Ja, ich war safe woanders, weil warum sollte ich da am selben Platz sein? Ja, wer weiß. Ach, Mann. Muss ich jetzt... Ja, jetzt muss ich die scheiß Baby-Enten auch noch mal retten. Komm ran. Du auch. Du. Du. Hier, nimm deine Gören. Deine Gören. Warum glitzerst du? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß noch mal machen. Warum glitzerst du? Das gefällt mir gar nicht. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Die Stocheln glitzern. Alter, das gefällt mir alles nicht. Alter, wie soll man denn da durchkommen, ohne getroffen zu werden? Das Waddle-Di. Das ist der dritte Waddle-Di. Was? Wo ist dann zwei? Hä? Bei dir das Level weiter einfach? Warte, ich gehe jetzt durch die Tür. Am Ende von dem Ding. Ja, da geht das Level weiter. Dann war ich doch richtig, oder wie? Äh, ich würde sagen, ja. Ich mache das jetzt aber erstmal fertig und hole den dann auch. Ich habe nämlich keinen Bock, das alles noch mal zu machen. Dann gehe ich durch die Oberfläche, toll. Dann habe ich das umsonsten nochmal gemacht. Schnauze, Donkey Kong. Du wanderst in meinem Mund. Ich bin Wasserballon. Scheiß auf Schlangen stehen, die werden alle sterben. Deswegen bin ich jetzt hier dran. Oh, ein Makarot. Oh, ich weiß, mit was man die, mit was man den Schleim wecktun kann. Eine neue Verwandlung. Mit was kann man den Schleim wecktun? Mit der neuen Verwandlung. Oh. Hauptsauber. Nee. Was ich vorher gerade gesagt habe. Wie ein fetter Wasserballon. Oh. Und da ist ein verstecktes Ding. Ich bringe alle verweckten Blumen zum Blühen. Ist das cool. Aber das ist echt was verpasst. Wait. Wo sind die anderen verweckten Blumen? Ja, lass mich gerade, die sind auf deiner Seite, oder? Weiß ich nicht. Erst deine vier und dann mit dir. Wärst du schon mit mir? Au, das ist mein Stachelding. Au. Stachelding. Bananen. Nein, ich hab... Ich hab safe verkackt. Wie jetzt? Ich kann das... Ich kann... Ich kann den Scheiß nur... Ja. Ich hab den Model D auch verpasst. Ich kann es nur neu tryen, indem ich alles nochmal neu mache. So, wo ist Model D Nummer 3? Bei der zweiten Tür. Der schwebt... Der schwebt ja buchstäblich ins Gesicht. Hä? Ja, ich würde einfach... Da rein tippen. Ich bin nicht durch die Tür. Oh. Ja, der ist kurz dahinter, oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir gar... Ah, zum Strif. Ah! Geh weg! Oh, gut. Ich mein Hammer! Oh, da bekommen wir ein Upgrade. Es fehlen mir zwei Waddle Dees und ein Verstecktes. Okay. Okay, ich hab zwei Waddle Deen im Material. Zweimal Pokern und Spielzeughammer-Blaupause. Yay. Siehst du nicht, was das Letzte ist, was dir fehlt? Nee. Also, dir fehlen noch die verbläten Blumen, oder? Die Waddle Dees und die Blumen hab ich schon. Ja, die kommen weiter hinten. Ich dachte, die wären auf deiner Seite. Ich hab noch überhaupt nicht die Verwandlung, von der du die ganze Zeit redest, Mann. Ja, das hab ich doch auch gemerkt. Du hast mich voll gespoilert, ne? Ich spoilere dich nicht, was du cooles entdeckst. Was mach ich? Was muss ich denn hier machen? Was musst du wo machen? Ah, da ist schon mal ne Waddle Dees. So, wie sehen verwelkte Blumen aus? Die sind riesig fett. Okay. Wir hätten hier sein ganzes Essen, äh, mit diesem Schlamm liegen lassen. Oh, die sind alle nebeneinander. Ja. Ich bin gespannt, was der letzte war. Ich hab nämlich das eine nicht. Was? Es gibt niemanden Waddle Dees? Genieße den Ausblick von der Spitze der Rakete. Welcher Rakete? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt hier ist nichts. Was ist hier? Au. Bitte direkt. Aha. Ne, warte mal. Hier kann ich mir so Wasser holen. Maybe? Ah, mein Gott, die haben mich juckt. Oh mein Gott, mit dem Wasser kann man diese Scheißlinge kaputt machen? Ja. Wo war ich davon los? Die Spitze der Rakete und wir haben eine Spitze der Rakete bei der Statue. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Ich mein, man kommt da hoch. Ja, das ist es. Wir haben es 7 von 8? Hops. Aha! Das war am Anfang die Spitze der Statue. Wow. Ja, wo ist der letzte Waddle Deer? Der kommt. Ja, aber dir fehlen noch zwei Waddle Dees. Naja, einer. Achso. Der zweite hat mir zu dem Zeitpunkt, dass es gesagt gewählt. Also es gesagt hat, hat er mir noch gewählt. Ach guck, Alter, was ist denn da jetzt hier noch? Wollen wir nicht einfach das Level beenden und sagen so, yo, ich hab's geschafft. Ich hab's mit dem durchgespielt. Ich hab's mit dem durchgespielt. Das geht nicht so viel. Oh, Junge, freu ich mich jetzt schon auf die mehr. Speedlevel gleich. Was ist das Speed? Okay. Hier ist Waddle Deer, aber warum ist das da oben noch nicht frei? Was fehlt mir denn da noch? Ich krieg dir eine Münze. Safe call. Tja, wäre doch richtig gewesen, die Tür. Hätte man sich auch denken können, dass die Tür, wo man mit dem Knopf aufmachen muss. Ja, das muss ich auch machen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es die falsche ist, dass ich mir nicht rausgegangen bin. Oh, das ist ja mal eine coole Verwandlung. Zieh mich, du musst ziemlich schnell reagieren. Sonst muss ich mir rechts und links neigen. Und es gibt zwei Knöpfe, die du aktivieren musst. Sonst verpasst du den Waddle Deer. Und es gibt zwei Knöpfe, die du aktivieren musst. Und es gibt zwei Knöpfe, die wir jetzt besuchen. Oh, das ist wirklich ein Knöpfe. Und es gibt zwei Knöpfe, die wir jetzt besuchen. Ja, komm. Zeig mir die 50 Speedlevel, die wir jetzt bekommen. Rennpisten-Raserei. Das hört sich an einem Spaßigen Level an. sind der letzte knopf der kommt zum ende hin gerade noch recht den einsaugen nein noch mal fertig machen der scheiß fette hase hier was tut wie soll ich diesen schlamm hier vorne einfach gar nicht lasst mich alle in ruhe ich bin kurz davor zu sterben sicher die ganze wortzeilbericht einmal habe ich wortzeilberufen das ist doch eigentlich will ich sterben wie sie kein stress so viel essen so wenig geld let's go sicher eine blumen noch mal wenn du spürst du den wortzeilbericht hast okay da muss ich die kapsel noch mal wir bringen diese und gar nicht so 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 die das ist noch mal machen welche auf der falschen seite war Diese Wunden, die es ertränkt werden. Ja, die können das entstand ab. Okay, dann haben wir die zwei auch. Danke. Jetzt habe ich es geschafft, gerade noch so aber. Ja komm, lass mich raus. Oh mein Gott, ich habe... Warte, bin ich auf die Spitze von dieser scheiß Rakete? Du bist nicht auf die Rakete? Nein. Hä, warum wird es am hinteren Ende dunkel von der MAP? Wahrscheinlich ist es noch was von einem neuen MAP. Ich suche gerade aus meinem versteckten Minzen. Wieso stirbt dieser fette Hase eigentlich nicht an den Stacheln? Ja, ich habe ein verstecktes Level gefunden. Komm, lass mich doch da hoch. Ich muss das noch ein drittes Mal machen. Wir sitzen jetzt schon vier versteckten Level. Und hier werden es wahrscheinlich noch weg auftauchen. Lass mich doch raus aus diesem scheiß Schlamm. Schlimm. Dann zurückzimmern in die Stadt. Schlimm. 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 also auch schon auf mich drauf zu stehen werden ich nur sequenz alter das ist jetzt kein spiel sogar mehr jetzt muss ich das noch mal machen aber bleibt auch alles in der aufnahme ja 100 prozent ich habe auto ich verziehe dich waddle d naja da haben wir es definitiv nichts für mich auch wenn eins der schutz leveler es wahrscheinlich von dem ist in welchem level war der schlaf curry ich glaube im ersten von der wasserwelt in der zweiten welt beim einsamen strand ja was war das überhaupt was da geschlafen hat das erkennst du ja 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 Das muss ich jetzt hier umschauen. Okay, wieso habe ich noch keinen Schlaf in meinem Level gefunden? Das muss doch gleich am Anfang sein. Hä, da ist nix. Dann ist das nächste Level, keine Ahnung, ich weiß es dauernd nicht. Du musst ja gleich am Anfang irgendwo rumliegen. Abschnitt verlassen. Okay. Das ist gut. Ja, am zweiten liegt auch eine Wunderung, der schläft. Sicher, dass das in der zweiten Welt war? Ja, ziemlich sicher. Ich dachte, du hättest dich schon in der ersten gehabt? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ist. Das war in dieser Folge, in der Folge 8, passt auf, der schnappt. Da ist der gleich am Anfang. Das müsste eigentlich die erste Folge von der zweiten Welt sein. Okay. Aber nochmal zurück. Wie gesagt, bin mir halt auch nicht sicher. Aber wenn ich mich nicht täuschen müsste, der in, passt auf, der schnappt. Äh, vorgekommen sein. Sehr schön. Da haben wir das Level auch. Ich schau in die Folge rein. Bei mir ist hier nichts. Ja. Ich schau in die Woche. Oder ist die überhaupt schon draußen? Ja. Sollte. Okay. Gut, dann war's mit der Folge. Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn's euch gefallen hat. Schaut euch beim nächsten Mal vorbei. Und tschüss. 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 Vielen Dank.